ja und damit herzlich willkommen zur nächsten folge vom bau simulator ja gestern habe ich ja gestreamt und ich habe mir gedacht heute nehme ich mal schon die erste folge auf und mach mal einen auftrag ja so ok ja wir haben ja hier dann aufgehört quasi beim neuen firmengelände im stream und ja und schau ich habe das auch wieder geht ob ich einsteigen kann sobald mehrere geräte aktiviert sind im simulator geht der bau geht das dann gar nicht mehr ok also mit lenkrad fahren ist nix im bausimulator schau mal die jobs ich glaube die waren nein hier war es gewesen schau mal in den aufträgen ich würde sagen manchmal müssen dorfparkplatz oder es gibt dort auch gibt es in den auftrag der ein bisschen mehr geld anbringt ja hier verkehrsstraße wohnen bringt 2650 credits und hat halt nur zwei bauabschnitte die könnte ich jetzt schon für die folge machen straßen arbeiten ok ja nehmen wir an eine asphaltmaschine eine asphaltfräse und ja und halt die asphaltwalzen brauchen wir gut das heißt asphaltfräse asphalt auftragen und asphaltverdichten das heißt fahren wir mal zur baustelle das heißt einmal auf die map die baustelle ist hier mit die setzt man die markierung das heißt fahren wir mal zur baustelle und um licht ja So, fahren wir mal zur Baustelle, jetzt habe ich nicht geschaut, wie weit die Baustelle entfernt ist. Ja, ich habe das hier gestern im Stream ja auch gesagt, wie cool ich das finde, dass endlich mal jetzt auch Straßenbau dabei ist, ist auch mal eine Abwechslung, weil im 15er war es ja immer so, dass es ja dann nur Hausbau und so war und das war halt mit der Zeit langweilig und ja, und so hat man halt schon eine Abwechslung halt drin, mit Hausbau, Straßenbau, Parkanlagen bauen, Parkplätze bauen, das finde ich halt eindeutig, ja, viel besser als das nur Häuserbau. Ja, was ich halt auch noch cool finde, ist, dass es ihn endlich auch für Konsole gibt. Ob es Crossplay geben wird oder gibt, weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute mal nicht. Weil Oder vielleicht haben sie es gemacht, ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf die DLCs, was alle dann so kommen werden. Ähm, es wäre glaube ich auch langsam mal Zeit, dass sie vielleicht mal einen neuen Liebherrkram bringen würden, weil Liebherr hat ja nicht nur den ECB, die haben einen ECH. ECM, also die haben ja verschiedene Kräne. Aber halt der neue ECB war auch ziemlich cool, wo hinten der Auslieger schwarz ist, das wo die Kabine drauf ist, schwarz und so, das war halt, finde ich auch ein ziemlich, ein richtig cooler neuer Kran. Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Key-Plaster. Die Baustelle. So. Okay, das wird das Fleckerl sein, was wir dann abtragen müssen. So, muss ich mal die Baustelle an. Mhm. So, dann. Einzelne Standorte und dann gehen wir hier zum Fahrzeughändler. Ich kaufe mir jetzt aber extra keine, ähm, kein Sattelschlepper mit Auflieger, weil das dauert dann zu lang. So, wir brauchen mal eine Asphalt-Friede. Da habe ich mir, nehme ich die von Cat. Dann brauchen wir eine Asphalt-Maschine. Dann nehmen wir die von D. Und eine Asphalt-Walze. Mieten wir sich auch die von Cat. Und dann brauchen wir halt noch einen Kipper. Wir bringen den Asphalt ab zum Tragen. Mh, ich würde sagen, nehmen wir mal den DAF, um zu gucken, wie der ist. So, mit dem kann man hinfahren. So. Nehmen wir mal die Asphalt-Friede als erstes. Bringen die zur Baustelle. Ja, aber ich kann nicht irgendeinen Asphalt abfriessen, wenn ich nicht weiß, welcher Asphalt das ist. Welcher Teil vom Asphalt gefriest werden muss. Also, ich kann sie halt da herstellen und dann... V-Maschinen... Ich bin gespannt, ob die das auch... Ob die das so gemacht haben, dass dann die KI auch den... A-PW fahren kann. Wo sind die Baustelle eigentlich? Ach, du Heuerl. Ne... Bringen wir nicht schnell zur Baustelle so. Ich bin jetzt eh mit dem M1 hingefahren. Okay, ich sehe schon, was wir abtragen müssen. Da, wo der Strich ist, das müssen wir abfriessen. Also, das heißt, ich muss den RKW ein bisschen weiter vor. Dann schieben wir mal den Truck ein bisschen weiter vor. Und dann fahren wir mal mit der Maschine so gut es geht ran. Dann müssen wir den RKW ranholen. Dann müssen wir den RKW ranholen. Kann man sagen, dass du eigentlich selber fahren soll? Dann können wir den RKW retten. Dannügen wir die Schlange her. Dann bin ich ganzcm понимiert feeling gut. Haben wir den RKW an. stretchy entstand ebenfalls schon noche. Dann bin ich gleich zu können. Dann kann ich es groot sein. Dann lassen wir das mal an zusammen. Dann 대해서 hören können wir uns gut um. Ach, vier, ein wenig mét blame, weil sie that weрип ä micros hecho. Kühlstraßenbau ist eher, das kann man dann mit Freunden auch machen, okay. Jetzt muss man selber aussteigen. Jetzt muss man dann immer wieder selber aussteigen. Ich muss den Maschinen wechseln. Ich sehe da nichts, wie ich fahren muss. Schön aus wie nicht. Ich sehe da nichts. Stopp. Schuss aus. Das ist wahrscheinlich zu weit vorne. Ja, das ist zu weit vorne. Eieieiei. Da müssen wir jetzt liegen geblieben. Ich sehe da nichts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Video, zwei Videos aufzahlen, werde ich das, glaube ich. Ähm, wenn ich jetzt in einer Runde oder bei einer, ja, einmal rauf jetzt gefahren bin, die Straße 24% hab, beim Runterfahren werde ich dann nochmal rauf fahren, werde ich wahrscheinlich ja, gut, ich könnte es dann halt bei YouTube als Premiere machen, das Video, aber das mit Freunden zum Spielen, wäre vielleicht leichter so ein Auftrag, weil, wie gesagt, da kann halt, ohne zu dritt, weil dann kann man zwei Keyplaster betreiben, ja, so kann man halt, zwei Keyplaster betreiben und einer fahrt dann halt mit der Asphaltfriese und der eine, der dann nicht gerade hinter der Vollausfahrtfriese herfahrt, kann halt dann denjenigen, der in der Asphaltfriese sitzt, dann ein bisschen links, ein bisschen rechts noch rüber, ein bisschen links, dann muss ich mich noch mal Wo ist denn das Fall eigentlich hin? Ja, ich bin eh schon, aber wo? Ja, ich bin eh schon. Soll ich da oder so? Schauen wir mal kurz. Was? Im Kieswege erhältst du, okay. Ah, okay. Da ist es, wie man es verkaufen kann. Okay. Dann, wir machen wir, was wir haben? Okay. Okay. Okay, wir müssen uns das mal kurz. Okay. 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 Ja, 14,000 klingt man dafür So, wieder die Map aktivieren Wing Borschele Wing Borschele Aber kann man eigentlich Na, Tampa Mal schauen, wenn ich in der Asphaltfräse drin sitze Ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt Irgendwie die LKW als Bökerie fahren zu lassen Ja, 14,000 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schauen wir mal, ob es da eine Möglichkeit geben würde. Die geeigneten Fahrzeug aufgefangen werden. Kaltfräse... Platziere die Kaltfräse möglichst gerade an der Fahrbahn. Aktiviere die Fräse-Funktion im Kontextmenü F, um das gewonnene Fressgut aufzufangen muss. Ein geeigneter Kipper in der Nähe platziert werden. Verkauf das gewonnene Fressgut, indem du das Kontextmenü F im beladenen Kipper öffnest und dann auswählst. Ah, okay. Das heißt... Das heißt quasi, Straßenbau ist aber halt nur für Multiplayer geeignet. Ist halt... Das heißt... Das heißt... Das heißt... Das heißt... Das heißt... Das heißt... es dauert jetzt halt wenn man das ganze alleine machen muss aber die lkw sind dreckig ich muss ein bisschen wieder rüber links so jetzt fahren wir wieder die kippe ein bisschen weiter vor und reichen jetzt die kurve was ich gemacht habe stop und 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 30 Prozent und wir sind doch, glaube ich, jetzt in der Mitte schon von dem Ganzen. Ja, fast. Ja, es könnte die Mitte sein. Ups. Ich glaube, in Multiple ist es dann so, dass sogar die Aufträge komplett durchgehend sind. Also mit durchgehend meinte ich, dass man wirklich alles vom Anfang machen muss. Ich muss wieder ein bisschen nach links. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Stop! Stop! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020